Eigentlich hätte die Ausstellungsreihe Art is Where the Heart is Vol. 7 heute in unseren neuen Räumlichkeiten in Paris stattgefunden. Unter den traurigen Umständen mussten aber auch wir nach neuen Möglichkeiten suchen, um euch die Arbeiten zu präsentieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Art is Where the Heart is, ist eine von der Galerie Drost dekoratierte Ausstellungsreihe, die international aufstrebenden sowie etablierten Künstlern einen Raum geben soll, in dem sie unbefangen in einen Dialog treten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017